Heute, Walter erwischt die Neuen beim Draubendielen. Das glaube ich jetzt nicht, die Kampflesbe. Das Gras, alles und zwar zügig. Fisch sieht nur einen Ausweg. Der Walter poliert die Fresse. Lass den Scheiß. Sag mal, wollen wir endlich mal was reißen oder bist du auf dem Friedensnobelpreis aus? Wir müssen sie da treffen, wo es richtig wehtut. Wir nehmen uns ihre Kurze vor. Hinter Gittern der Frauenknast. Heute, 20.15 Uhr.